Ich schätze die Zeit mit meinem Pferd draußen sehr und bleibe gern auch länger, wenn der Stall bzw. die Regeln dort das Zulassen, das Joggen oder Spazieren mit und ohne Hund. Ich spiele Fußball, jedoch hat Corona dies für mich gestrichen. Wegen Corona war ich mehr drin und habe mehr Zeit im Internet verbracht. Dort kam ich dann irgendwie aufs Tanzen. Ein paar Wochen später, als die erste Welle vorbei war, konnte ich zu einem Tanzkurs gehen. Das hat mir sehr gefallen. Jetzt ist Corona wieder stärker geworden und wir sind in der zweiten Welle. Jedoch kann ich dieses Hobby auch zu Hause ausüben. Ein bisschen habe ich auch durch Corona das Interesse an Fußball verloren. Hauptsächlich wurden mir meine bisherigen Hobbys genommen. Dadurch verbringe ich viel Zeit zu Hause und bin leider auch sehr viel am Handy. Ich habe schon angefangen zu sticken und zu nähen. Außerdem habe ich viele Spaziergänge gemacht. Ich habe wieder angefangen mehr zu lesen. Aber ich stelle auch fest, dass ich viel öfter am Handy bin als vor Corona. Das waren die Antworten, die uns erreicht haben zur Frage, hast du durch die Corona-Pandemie neue Freizeitaktivitäten für dich entdeckt? Hallo zusammen, mein Name ist Kirsten Dinnebier und als zuständige Jugenddezernentin freue ich mich, dass wir uns hier hören. Corona bestimmt und verändert zurzeit unser Leben. Besonders junge Menschen sind von den Einschränkungen betroffen. Daher sind mir die Fragen, wie verbringen Jugendliche während der Corona-Pandemie ihre Freizeit? Wo halten sie sich in Marburg auf? Und welche Rolle spielen Medien in ihrem Alltag? Sehr wichtig. Über die Antworten aus dem Blitzlicht Corona und Du möchte ich hier sprechen. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Befragten tendenziell unzufrieden sind, wie sie aktuell ihre Freizeit verbringen und dass die Mehrheit eine starke Veränderung in der Freizeitgestaltung erlebt. Das ist sehr verständlich. So sorgen Beschränkungen dafür, dass wir in unseren Möglichkeiten rund um sportliche Aktivitäten, Hobbys und Co. stark eingeschränkt sind. Das ist ein großer Einschnitt in unseren Alltag. Dies wird natürlich besonders offensichtlich, wenn wir uns anschauen, wo sich junge Menschen zurzeit aufhalten. Die Mehrheit der Befragten ist aktuell größtenteils zu Hause, trifft sich bei Freundinnen und Freund und bewegt sich draußen in der Natur oder direkt am Wohnort. Vor Corona war dies bei vielen anders. Die Rückmeldungen zeigen, dass sich junge Menschen grundsätzlich am liebsten bei Freunden und Freundinnen und zu Hause aufhalten. Die Zahl derjenigen, die sich bei Freunden und Freundinnen trifft, ist unter den Corona-Bedingungen aber stark zurückgegangen. Vor Corona waren Jugendliche im Verhältnis auch viel in Marburg unterwegs. Besonders die Oberstadt, die Lahnterrassen und das Gasmannstadion und auch die Unistraße sind sehr beliebt. Weiterhin stehen Orte hoch im Kurs, an denen man seine Freizeit aktiv gestalten kann. Hierzu zählen zum Beispiel die Lahnwiesen, das Unistadion, die Kletterhalle, Tennis- und Fußballplätze, Fitnessstudios und vieles mehr. Alle diese Orte sind von den Einschränkungen betroffen. Geschäfte, Vereine, Sport- und Freizeiteinrichtungen sind derzeit zum größten Teil geschlossen. Treffen im öffentlichen Raum mit mehreren Personen sind nur sehr eingeschränkt möglich. Ich kann sehr gut verstehen, dass Euch so vieles aktuell fehlt. Das geht auch mir so. Es beeindruckt mich daher sehr, dass sich ein Teil der Befragten Alternativen für die Freizeit sucht. Einige haben dabei ein altes Hobby wiederentdeckt oder intensiviert. Andere haben eine oder sogar gleich mehrere neue Freizeitbeschäftigungen gefunden. Ich finde es toll, dass hierbei so viel Neues entstanden ist. Schön finde ich zum Beispiel auch die Nennung der digitalen Spieleabende. Eine interessante Möglichkeit, sich mit seinen Freunden und Freundinnen zu verabreden. Das Medienverhalten hat sich in den letzten Monaten sehr stark verändert. Das Blitzlicht zeigt, die Mehrheit der Jugendlichen verbringt deutlich mehr Zeit online. Das bezieht sich nicht nur auf den schulischen Kontext, sondern auch auf die Freizeit und steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Einschränkungen der anderen Freizeitmöglichkeiten. Neben der Mediennutzung interessierte uns im Blitzlicht auch, über welche Medien sich Jugendliche zum Thema Corona informieren. Dabei wurde das Internet am häufigsten genannt, gefolgt vom Fernsehen und den Social-Media-Zugängen. Verständlicherweise nutzt die jüngere Altersgruppe der 10- bis 13-Jährigen weniger die sozialen Medien und gab neben Fernsehen und Internet das Radio als Informationsquelle an. Letzteres hat mich überrascht. Die Mehrheit der jungen Menschen, die am Plätzlicht teilnahmen, fühlt sich gut über die in Marburg geltenden Corona-Bestimmungen informiert. Das freut mich natürlich sehr. Auch wenn wir derzeit leider oft kurzfristig mit Bestimmungen und Vorgaben umgehen müssen, ist es wichtig, dass wir gut und umsichtig im Gespräch miteinander sind. Nichtsdestotrotz, es berührt mich sehr, wie stark die Einschränkungen euch als junge Menschen treffen und wie viel ihr von dem einbüßt, was die Jugend ausmacht. Gleichzeitig bewundere ich eure Kreativität und eure Haltung, mit der ihr diesen Einschränkungen begegnet. Für alle von euch, die noch Anregungen für die eigene Freizeitgestaltung benötigen, empfehle ich die Seite der Jugendförderung unter www.hausterjugend-marburg.de Zahlreiche Angebote und Ideen für zu Hause und auch Informationen zu digitalen Jugendtreffs sind hier zu finden. Auch falls ihr für die Schule einen technischen Support braucht und zum Beispiel etwas ausdrucken müsst oder ihr auch keinen Zugang zu einem Drucker habt, könnt ihr euch gerne hier melden. Ich danke euch ganz herzlich für die vielen Antworten, die uns über das Stimmungsbarometer Corona und Du erreichten. Eure Anregungen und Anmerkungen werden wir mit in die politischen Gremien nehmen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören.